Der ist da. Da. Und die... sind unsichtbar! Verdammt, okay. Also erstmal ihn. 37... 70... Kritischer Treffer. Holy shit. Das war mir ein bisschen klar. Das hat er nicht wirklich getan. Oh, der ist fast tot? Oh, der ist fast tot. Cutting to the chase. My face will protect me. Okay. Oh, der ist fast tot. Okay. Das ist fast tot. Untertitelung des ZDF, 2020 No time to waste. He could not go there. He would rather go here. He would rather go there. Coming through. He would rather go there. I need to keep fighting. Moving. He would rather go there. 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 Perfie. also noch mal von vorne 70 prozentig witzig warum ist das ein fehlschlag verdammt noch mal im pero mortos mor The blade will not bend. Two steps at a time. Ah! It had reingehauen. You need to stay focused. Answer critic on each other. I don't do that! I will not do a thing. I will not do a thing. Close! Make way! My Finalist! I will not do that. Let's go. Ah! Is this sort of distance? Oh. Ach, Liza steht im Weg. Ehrlich gesagt ist es ziemlich gruselig, dass diese wiederbelebte Leiche kein wirkliches Profil hat, sondern dass es so abgeschnitten ist. Das magt mich gerade so ein bisschen ab. Need to find a way forward. Let's end this. Got to move. Let's end this. Jetzt fehlt nur noch einer und der ist unsichtbar. Also muss ich warten, bis er zu mir kommt. Can't give up. Not now. Take you. Und da ist er jetzt hier oben. Ein Fehlschlag? Meine Güte. Zieht so weit entfernt. Okay. Jetzt. Ich bin. 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 Ja, wir rasten auch gleich. Wir machen gleich eine lange Rast. Schwere Rüstung. Du hast mittlere, mittlere, leichter. Okay. Schwere Rüstung. So, dann rasten wir erstmal. Mag irgendjemand mit uns reden? Irgendjemand ein Auskunftzeichen? Nö, dann gehen wir gleich schlafen. Dann gehen wir mal zurück. Wir können uns ja immer noch hier weiter umsehen, wenn wir dann die Kunde verkündet haben. Kann man das so sagen? Ja. Dass wir sehr im Wilder mit einverstanden waren, dass ich glatt umgebracht habe. Ganz ehrlich, der war mir ziemlich unsympathisch. Ich habe seinen Verlang nach Rache verstanden. Deswegen habe ich ihm da auch geholfen. Aber sich jetzt einfach da alles unter den Nagel zu reißen... Wenn, dann sollte er das selber machen. Und nicht jemand anderes vorschicken. Dürger sind tot, ihr Feindes wurde beseitigt. Dürger. 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 Kann ich ihm das erzählen, dass ich Glatt umgebracht habe? Ich habe das Wesen namens Glatt getötet, aber wollte auch einen Kreis auswaschen. Das war doch eine gute Entscheidung. Oh, Tanzzucker! Oh, ich verliebe mich gerade in diese Wesen. Zuflucht? 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 Okay. Ja. Ah, die beiden sind immer sehr herzlich zueinander. Wahrscheinlich muss ich dann mit dem rüberformen. Einfach mal in die Dunkelheit segeln, warum nicht? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Hm. Ich versuch's mal als Gebranntmarkter überzeugen. Lass mich durchsetzen. Hä, ich habe das Mal. Mal sehen, ob das funktioniert. Wenn ich schon das Mal mir habe geben lassen, dann kann ich es ja auch mal ausnutzen. Oh. Juhu Die Stator gefällt mir Die Stator gefällt mir Die Stator gefällt mir Wir haben eine Beobachtung Wir haben eine Beobachtung Du scheiße Es ist Zeit, dass du aufgerissen hast Wir haben Probleme Spend es aus Haha. Freund und Hairs? Oder Sie plauern und dräuern jetzt? Hm. Ich mach einfach mal Drow-abstoßen. Ich versichere euch. Hier wird nicht geflügt. Pity for you. A good plow might dislodge that stick from your... Oh! Huh? I'll be. You're one of them cult freaks. Felt the tingle. Your twat-soul chum owes us a load of coin. You want through? Make a donation. Uuuuuhh. Ihr kriegt keine einzige Münze von mir. Überholen. Ah. Gott sei Dank. ...then I'm warning you. That twat-soul ain't settled up soon. There'll be hell to pay for the lot of you cult buggers!